Ich bin Gunnery Sargent Hartmann und zuständig für eure Grundausbildung. Habt ihr Maden das verstanden? Jawohl, Sack! Bis zu diesem Tag seid ihr Dreck! Seid ihr die niedrigste Lebensform auf Erden! Seid ihr noch nicht mal annähernd sowas wie Menschen! Seid ihr nichts anderes als ein unorganisierter Haufen von amphibischer Urscheiße! Wie ist ihr Nürmel, Saftsack? Gernot Plümmel, bin 38 Jahre alt. Bullshit, von jetzt an sind sie Private Schneewittchen, gefällt Ihnen der Name? Äh, extrem spannend. Aber es gibt was, das wird Ihnen nicht gefallen, Private Schneewittchen! Es gibt nicht Brathänzchen und Wassermelonen jeden Tag als Hauptmahlzeit in meiner Kantine! Seid, jawohl, Sack! Bullshit, ich höre ja nichts, habt wohl alle nur Luft im Sack! Es sind Formulierungen, die ich öffentlich nicht verwenden würde. Wer hat das gesagt? Wer zum Teufel war das? Wer ist dieses miese Kommischwein, dieser Hobby-Arschficker, der gerade sein Todesurteil unterschrieben hat? Keiner, was? Ist wohl der verfickte Weihnachtsmann gewesen? Ist ja wunderbar! Ich werde euch schinken, bis ihr am Verratten seid! Ich schinkt euch, bis euch Butter mich aus dem Arsch noch läuft! Waren Sie das, ihr heutiger kleiner Ficker? Nein, Sir! Viel kleiner Haufen Scheiße, Sie sehen aus wie ein Wurm, ich werde Sie warmst! Sir, nein, Sir! Man darf sich das nicht gefallen lassen! Na, das ist ja toll! Wen haben wir denn hier, einen verkannten Komiker? Private Joker! Ich bewundere Sie aufrichtig! Sie gefallen mir! Kommen Sie doch mal zu mir nach Hause und ficken Sie meine Schwester! Ihr Arsch kommt auf meine Liste! Sie werde ich mir merken! Hier wird nicht gelacht, hier wird nicht geheult! Garantiert, das prügel ich euch in die Kämpfe rein! Jetzt ziehen Sie auf! Los, auf die Beine! Jetzt lassen Sie besser Ihre Faxen, sonst reiß ich Ihnen den Kopf ab und scheiß Ihnen in den Hals! Warum wollten Sie zu meinem Geliebten-Kurs? Irgendwelche Insignien der Macht fehlt mir schon! Wir sind also ein Killer! Ja! Zeigen Sie, wie ein Killer aussieht! Ähm... Wie sehen Sie im Kampf aus? Ich bin meistens so hundsmüht, dass ich sofort einschlafe. Ah! Jetzt zeigen Sie mir, wie Sie aussehen wollen! Ah! Bullshit! Das lässt mich völlig kalt! Zeigen Sie mir, wie ein Killer aussieht! Vor Ihnen hätte ich keine Angst! Üben Sie! Ähm... Das ist ungerecht!